Hi, David hier von Mary Lou. Viele von euch hat meine Nachricht in den letzten Wochen ja schon erreicht. Alle anderen werden sie auf jeden Fall noch bekommen, versprochen. Es gibt ein paar Neuigkeiten von unserer Seite, die ich euch heute gern offiziell im Namen von uns vier mitteilen möchte. Drei von uns, das heißt meine lieben Bandkollegen und Freunde, sind vor nicht allzu langer Zeit Papa worden, ja wirklich alle drei, und werden ihre Zeit deshalb erstmal voll und ganz ihren Familien widmen, und zwar völlig zu Recht. Deshalb haben wir als Band Mary Lou aber beschlossen, erstmal eine Pause einzulegen. Das heißt aber nicht, dass es das jetzt gewesen ist, ganz im Gegenteil. Am 1. November, also kommenden Montag, kommt der erste Song meiner ersten eigenen Platte raus, und ich kann es ehrlich gesagt selber kaum mehr erwarten. Daher würde ich mich riesig freuen, wenn ihr vorbeischaut und mir folgt. Ich verlinke euch meinen Kanal gleich noch hier unten. Ich hab so Bock, und es wäre so schön, wenn ihr weiterhin am Start seid. Bis spätestens, 1. November, euer David.